Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant. Wir haben heute den 7. August und starten jetzt gleich mit unserer Analyse. Let's go! So, wir haben hier die technische Übersicht von TradingView. Wir sehen hier auf dem Tagesgeschehen hier, wir sollen kaufen. Wir sollen zusammengefasst kaufen. Die 4 Stunden sagen uns kaufen, kaufen, kaufen. Die 2 Stunden sagen uns kaufen, kaufen. Und die Stunde, einzig die Stunde jetzt, ja es geht momentan ein bisschen runter, neutral kaufen und verkaufen. So, das schauen wir uns jetzt mal hier im Geschehen an. Das ist unser 1 Stunden Chart von Bitcoin. Und ihr seht es auch schon, ich hatte hier am Schirm Schulter, Kopf, Schulter. Wir sind aber bei der rechten Schulter nach oben ausgebrochen. Also, vergesst jetzt mal Schulter, Kopf, Schulter. Das Ganze hat nicht funktioniert, hat nicht sein sollen. Es ist Gott sei Dank nach oben ausgebrochen. Ein schöner Trade. Eine schöne Long Position von hier unten rauf. Und wir sind momentan noch immer über dem Ribbon Bend. Aber wir sehen jetzt einen Kampf mit dem Ribbon Bend. Das ist hier diese Position zuerst mal. Was geht jetzt hier weiter? Wir sind momentan mal über dieser blauen Linie. Die blaue Linie ist der Support. Da sind wir drüber. Das nächste, da haben wir gestern lange gekämpft damit. Das ist unser Fibonacci 0.382. Der liegt bei 42.567 und ist ein ganz, ganz großer Support hier. Eine ganz, ganz große Unterstützung. Ihr seht die gelbe Linie hier. Gestern nach oben durchbrochen. Wieder mal kurz nach unten. Und dann nach oben. Jetzt wieder kurz nach unten. Also, wir kämpfen momentan mit diesem Support. Für den Moment schaut es nicht so schlecht aus. Vielleicht testen wir ihn jetzt nochmal an. Und dann geht es weiter nach oben. Das wäre natürlich auch möglich. Leute, wenn es jetzt aber vielleicht doch runtergehen sollte. Was ist unser nächstes Ziel nach unten? Auf was müssen wir achten? Auf jeden Fall achten müssen wir auf unsere gelbe Linie, unseren Fibonacci und unsere blaue Linie. Kommt jetzt auch immer darauf an, wo wir vielleicht draufgehen. Sagen wir mal bei 42.5. Da ist nämlich die ganz, ganz große Unterstützung für den Moment. Sollten wir da runtergehen, sollten wir da durchbrechen, wäre natürlich auch nicht unmöglich. Kommt von unten die EMA 200 her. Die liegt hier bei 40.100. Geht jetzt sicherlich immer weiter nach oben. Aber das ist auch die letzte Unterstützungslinie, auf die wir achten müssen. Wenn wir jetzt weiter rauszoomen, können wir jetzt natürlich mal das nächste begutachten. Das ist unser schöner Aufwärtskanal, unser paralleler Kanal. Und wir sind hier über der Mittellinie. Das ist ja richtig fein. Das ist ganz gut. Und dann haben wir die nächste Unterstützungslinie. Das ist die grüne Linie, auf die wir achten müssen. Die liegt hier bei 38.000. Kommt auch immer darauf an, wo wir hier auf diese Unterstützungslinie draufschlagen sollten. Wenn es wirklich runtergehen sollte. Muss nicht sein. Wir liegen wirklich gut. Es ist wirklich schön nach oben gegangen. Es kann durchaus sein, dass wir weiter nach oben gehen, Leute. Mein großes Ziel ist, sind ja die nach wie vor knappen 47.000. Warum? Nun, ihr seht es hier. Die nächste Fibonacci-Linie liegt bei 0.5. Die 0.5er Linie. Und der Preis ist bei 46.800 in etwa. Kommt auch immer wieder drauf an, ob wir vielleicht noch ein Stück rüber gehen. Und hier auch bei unserer oberen Linie mal anschlagen. Es wäre dann bei 47.000. Je nachdem, wo es ist. Aber jetzt mal die 46.000, 46.500. Ist wirklich ein großes Ziel von mir. Könnte durchaus sein, dass wir noch oben gehen. Weil wir ja jetzt über der Fibonacci bestätigt sind und auch über dieser blauen Linie sind. Also summa summarum schaut das Ganze ganz gut aus. Schauen wir uns jetzt mal den RSI an. Relative Strength Index. Und der ist hier wieder nach unten gegangen. Er war hier schon stark überkauft. Wir waren hier bei 73 Punkten. Sind jetzt wieder runtergegangen. Wir können hier keine großartigen Unterstützungslinien ziehen, weil wir hier, ihr seht es ja, sehr viel Platz nach unten hätten. Das heißt, es könnte durchaus sein, die 40.000 nochmal zu sehen. Wäre durchaus möglich. Ich glaube es nicht. Aber wenn wir uns den RSI anschauen, wir haben wirklich viel, viel Platz nach unten. Schauen wir uns auch ganz kurz jetzt nicht nur den RSI an. Schauen wir uns jetzt auch ganz schnell mal den MACD an. MACD, da sind wir schon. Und der ist momentan auch negativ. Er geht hier nach unten. Wir sehen, die blaue Linie ist unter der braunen. Das ist bearish. Und wir sehen auch, wir bauen hier die großen Balken hier. Also wir gehen hier jetzt erstmal ein bisschen nach unten. Wir brauchen dann wieder einen Cross, damit wir nach oben die Bewegung sehen. Für den Moment gehen wir jetzt aber erstmal nach unten. Ja, summa summarum ist das mal dieses Bild. Checken wir jetzt aber mal den 4-Stunden-Chart. Schauen wir auch hier mal kurz rein. Und im 4-Stunden-Chart sind wir auch weit über dem Ribbon-Band drüber, weit über die MA200-Linie drüber. Da schaut es wirklich gut aus. Checken wir hier auch ganz schnell den RSI, den Relative Strength Index. Und da waren wir auch hier überkauft. Und hier auf diesen Punkt, wo wir überkauft waren, ist immer dann auch wieder runtergegangen. Und da haben wir jetzt schon einen Punkt, den wir jetzt wirklich beobachten können, Leute. Das ist nicht uninteressant. Das ist diese Linie vom untersten Punkt hier rauf über diesen Punkt. Das ist unser Support. Also auch hier sehen wir, wir haben Platz nach unten. Wir haben Platz Richtung 40.000. Überhaupt kein Problem, wenn wir den RSI anschauen. Könnte es durchaus sein, dass wir auf 40 noch mal runtergehen, Ribbon-Band testen und dann nach oben. Sonntags meistens geht die Geschichte runter. Wir hatten sehr viele blutige Sonntage. Aber Leute, Bitcoin ist eine Bitch. Es kann alles passieren. Also verlasst euch nicht auf den blutigen Sonntag. Es ist wirklich alles möglich, wie ihr seht. Schauen wir uns das Ganze jetzt aber mal ganz schnell noch zum Schluss, bevor wir das Video beenden, im Tageschart an. Der Tageschart zeigt uns auch hier die großen Ziele nach oben und nach unten. Hier die Fibonacci-Linie. 51.000 ist die 06.000er Linie zum Beispiel. 57.000 ist die 07.86er, das Golden Pocket, die ganz wichtige Linie. Und unsere Allzeit hoch bei 64.000. Da sind wir aber noch wirklich, wirklich weit, weit, weit weg. Was ich euch hier aber zeigen möchte, alle mal weg hier, alle Drawings hier mal weg. Und jetzt seht ihr hier schon die gelbe Linie. Die gelbe Linie, die EMA 200, die ist jetzt ganz wichtig. Die liegt momentan hier bei 38.6, 38.7. Das ist mal die große Unterstützung jetzt nach oben. Meiner Meinung nach, solange wir über 38.7, 38.8 sind, ist hier alles gut, ist hier alles in Ordnung. Schaut euch aber bitte diese Tageskerze an. Die ist nicht gesund, Leute. Schaut euch das hier mal an. Die ist sehr ungesund. Ich habe es euch letztens schon gezeigt, Leute. Wenn wir eine Bearish Harami Kerze bauen, geht es nach unten. Wenn wir eine Bullish Engulfing bauen, geht es nach oben. Leute, schaut euch diese Kerze an. Bearish Harami mit einem riesen Tocht nach oben. Das ist ungesund und das ist normalerweise ein Anzeichen dafür, Leute, dass wir jetzt richtig nochmal runter gehen. Also 40.038, warum nicht, ist durchaus möglich, die jetzt nochmal zu sehen. Der große Tocht nach oben macht mir ein bisschen Kopfweh. Das könnte durchaus sein, dass wir hier runter gehen, Leute. Eines möchte ich noch ganz schnell checken. Das sind die EMA-Linien. Nein, bevor wir das machen, schauen wir uns eines noch an. Das ist der Golden Cross. Der wäre jetzt wirklich sehr interessant. Sind wir jetzt dem Golden Cross nahegekommen? Das checken wir jetzt auch mal. Gehen wir hier ein bisschen raus? Nein, überhaupt nicht. Wir hatten hier den Death Cross. Diese zwei Linien. Ich gebe hier die Ribbons mal weg. Diese zwei Linien haben hier gecrossst. Das war der Death Cross. Das war unsere Todeskreuzung. Und seit da geht die blaue Linie nach unten. Ihr seht jetzt aber schon, die blaue Linie kommt nach oben. Und sollten wir hier den nächsten Cross, die nächste Kreuzung sehen zwischen der blauen Linie und der grünen, dann hätten wir hier den richtig großen bullischen Moment wieder. Ein Golden Cross. Sind wir aber weit, weit weg. Ist momentan nicht wirklich für uns interessant. Das Video dauert zu lange, sieben Minuten. Ich weiß. Eines möchte ich aber doch noch machen, Leute. Das ist die EMA-Geschichte hier. Triple EMA. Geht jetzt momentan nicht, weil ich zu viele habe. Ah, Death Cross. Das müssen wir weggeben. Und jetzt nochmal. EMA. Triple EMA. So. Das sind jetzt unsere EMA-Linien. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Und ihr seht jetzt schon mal, wenn wir uns das hier so anschauen. Sehen wir hier. Ah, das ist die 9er. Die interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert eher die 21er. Da sind wir hier. Wir sind jetzt auf der EMA 21. Und da seht ihr auch schon unser Malheur. Wir sind da wirklich am Kämpfen mit der 21er. Und da seht ihr auch schon, wo wir sind momentan. Wir sind momentan genau auf der Linie angeschlagen. Wir sind nach oben super ausgebrochen. Aber momentan ist es eher ein Fake-Out. Und wir gehen nach unten. Sollten wir hier unter der Linie schließen, Leute, ist das genauso ein bearishes Zeichen. Auch das müssen wir beobachten. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir nochmal runtergehen. 40, 38. Das ist durchaus möglich. Leute, das war das Update für heute. Es dauerte leider wieder länger als 5 Minuten. Sorry dafür. Aber es sind alles wichtige Informationen, die ich euch geben muss, die für euch wirklich wichtig sind. Wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, eines noch. Das hier ist ein kleiner Geheimtipp. Unser paralleler Aufwärtskanal. Schaut euch den immer an, wenn ihr tradet. Ich habe es euch gesagt, mit der Mittellinie ganz wichtig. Da kämpfen wir jetzt momentan auch richtig mit der Mittellinie. Schaut euch das an. Und schaut euch das auch in meinen Livestream an. Hier ist mein Livestream. Ich streame ja live 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und da geht es momentan auch richtig runter. Wieder drauf auf unser Rebomband. Ah, und auf unser Fibonacci. Den seht ihr hier. Schlechte Auflösung. Ich weiß. Aber auch das ist ganz wichtig. Livestream. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Bitcoin Trading Informant. Ihr seht hier diesen Fibonacci. Die 42.5. Da kämpfen wir jetzt schon wieder damit. Ganz, ganz wichtig. Leute, schreibt hier in unseren Chat, wenn ihr etwas braucht. Lauter nettere Jungs hier. Real Estate Huckster ist hier. Angry Higgins ist meistens hier. Troll Magul... Sorry, ich habe es mit dem Namen. Troll Magulijuti ist hier. Und wirklich viele, viele nette Leute. Vielen Dank an meine Top-Supporter. Ryan Real Life. Thank you so much for supporting me. Danke für deinen Support. Crypto Sharknado. Dankeschön. Channel Alpha Gaming. Dankeschön, Leute. Ich brauche eure Supports, damit ich das hier weiterhin online halten kann. Dankeschön für alles. Macht es gut. Und 10 Minuten heute. Sorry für's Überziehen. Bin schon wieder Thomas Gottschalk. Macht es gut, Leute. Dankeschön. Und tschüssi. Ciao, ciao. Euer BT, euer Bitcoin Trading Informant.